ARD Text im Auftrag von Funk Hey, Paco? Ja? Ich will zu dir passen, Mann. Ja, ja. Ich gehe zwar auch in den Traktor, aber... Die Tür ist da! Gut, gut, die Tür. Der ist hier zu stehen? Ja. Hey, 500'000. Ja, weisst du, Autos... Es sollte ein Scholl-Luxes-Güter bleiben. Mhm. Es fährt ja jeder da, keine Ahnung, was für Autos. Mhm. Also, ich wäre voll für so ein Vanille-Auto. Ich habe so einen geilen VW-Käfer. Was sagst du, was machst du? Ja? Was sagst du, wie geht's, was machst du? Ah, nix. Ich bin... Ich bin ein wenig mit meinem Leben am klargekommen, weil ich so starke Wuchspirzen bin. Oh, shit. Tee trinken ist gut. Ja... Ich müsste erst mal Tee machen. Du, eine andere Frage. Hättest du mal Bock, vielleicht beim Event, dass du mal mitmachst bei uns im Streetclub vielleicht? Äh... Wir hätten schon zwei Frauen, die mitmachen würden. Meinst du, die Ani? Ja, die Ani und die Johanna. Und wenn du noch die dritte, dann würden sie den Club füllen. Du weisst, ist wie Gottfried fragen, was er davon denkt. Muss ich noch um Verständnis fragen, oder wie? Ja... Eigentlich schon. Ich weiss nicht, ob er gern hat, wenn andere Männer nicht. Ach so, bitch. Ah, shit. Das ist natürlich ein Problem. Ja, eben ja. Ja, nicht. Hallo, darkness, my old friend. Dann nehmen wir es etwa geschehen lassen. Hahaha. Ich muss nicht mal trauen, um zu fragen. Nein, ich muss nicht ausreisen. Ja, gut. Dem reisest du doch nicht aus. Ich fühle mich gut wohl hier. Ich will jetzt nicht wieder zurück auf Mexiko. Hahaha. Soll ich mitkommen, damit er dich nicht ausreisen lässt? Nein, und er gibt mir nur... Ich will zuerst ein paar Keren kaufen. Ich will zuerst Keren kaufen und dann fragen, sonst macht er mir keine gute Preise. Okay, rufst du mich einfach hören, was er sagt? Ja, wir brauchen so einen Tesla als Einsatzfahrzeug. Wird schlecht, gell? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Papazier, wirst du mir noch mit Kötting in das Auto, oder draussen von innen? Nein, nein. Fing ihr nice? Negativ. Ich bin gerne gekommen für den Autoscope. Okay. Danke vielmal. Schönen Abend. Schuss, Schuss. Wo ist er? Schuss. Seckle, Seckle, komm! Wo, 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 wo! Was ist das für ein Lärm hier? Kann man hier nicht mal in Ruhe Autos kaufen? Nein. Nicht, Mann. Ich verpiss dich. Was? Oh, 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 ähm. Äh, äh, zeig mal, zeig mal. Hey, habt ihr schon Guzis? Gibst du mir so eine? So, wie geil das ich bin. Hast du Guzi? Nein, nein. Gibst du mir eine Acker, wenn ich dir zwei Pistolen gebe? Nein. Nein. Nein, Bro. Bei mir hat es sie überpacken, Mann. Bei mir musst du doch ja sein. Ich weiß schon, man. Zwei Guzi für eine Acker. Ja, Mann. Und ein Kusschen. Aufpacken. Ja, normal, 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 normal. Aber, äh, ihr habt eigentlich auch Acker, oder? Ja, also, ihr selber macht schon gerne Acker. Ey, Kollege, was fickst du den Acker, Mann? Äh, 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 äh. Sorry, aus Versehen, Mann. Sorry, Mann. Sorry, ich bin nur... Äh, sorry, ich schwör, Mann. Äh, äh. Ja, ich wollte jetzt einen Franken, Mann. Der Gast von meinen Vierungen ist der Ort. Stopp, stopp, stopp. Usenang. 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 Hey, Bro. Sorry, ich tue mich entschuldigen, Mann. Usenang. 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 Nein, ich habe eine Frage. Äh. Äh, wie kann ich da bei dem scheiss TeamSpeak da joins your channel... Was ist TeamSpeak? Äh. 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 Ah, Bro, 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 Bro. Das gibt es da nicht, aber... Was TeamSpeak gibt es nicht? Ja, gehen wir. Äh. So, meine Lieben, wir haben 16 Kinder daheim. Ja, wie kann man helfen? Ja, ein paar Sachen. Komm, wir müssen schnell hier hören. Erst so der hier, der Camaro, oder? Bumblebee, da. 650. Ach so, das stimmt. Oder du? Äh, wenn wir mehrere nehmen würden, so 10 Stück. Könntest du da für einen Preis nehmen? Ja, bei dir nicht von dem roten Container, oder? Hm, da könnten wir 54 gehen. Aber es könnte da auch... 54. Mhm. Also. Äh. Eben, Nummer 7 hätte ich. Äh, Preis von dem hier. Ja, das schon. Und von dem hier? Ja. 500. 500, okay. Und nur noch der Porsche, der Hühne. Der Panamera? Ja, der würde gerne Probe fahren, oder? Wie schnell. New 150. New 150. Ah, so kannst du mal rund die Fahrer hin. Ja, der wird es durch die Fahrer hin und das drin. Ja, der wird es durch die Fahrer hin. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020